Das ist der letzte Test der Standardstrecke. Extra für euch. Ich dachte, ihr freut euch mal über eine kleine Herausforderung. Nein, was für eine Herausforderung, Leute. Das war schon in den letzten paar ziemlich ziemlich viel. Wenn ich da ganz breit ge... So, meine Damen und Herren, willkommen zu der Rückzeit in der neuen Folge von Portal 2 hier wieder mit dem Monster in Iron Man. Wie ich sehe gerade, wir haben hier sehr, sehr viele Scheißsachen, die mit einmal kommen. Wir haben die Röhren, wir haben was zum Blenden, wir haben die Schisssachen und wir haben auch was zum Erdrücken. Pupupu-Waffen. Super. Let's go. Die Frage ist nur, da drüben wir mal drückt, okay. Ja, das funktioniert nicht so, wie es soll. Achso, das ist wieder der Strahlumkern hier. Ja, ja, ich springe da jetzt runter. Ähm, ähm, für dich würde... Achso, ja klar, falsch rum. Da ist was, guck mal, da kannst du was platzieren. Warte mal. Fly me to the moon. Let me run. Achso, ich hab's, ich hab's, ich hab's erst mal. Ich hab, ich hab, ich hab im Fasten Teil. Fly me to the moon. Nein, das... Ja, toll, das bringt jetzt wie viel, geh rein. Geh rein ins Loch. Okay, ich geh doch rein. Ah! Ich bin drüben. Ja, jetzt setzt du da ein Portal und unter dir im Portal. Ich bin weg. Das sind spitze Geeks. Ja, 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 ja. Ich muss gleich Schubumkehrungen machen. Du musst nämlich da jetzt gleich das Dunkelblaue machen. Und zwar jetzt. So, dann musst du über dir... Ähm. Über dir muss jetzt das, äh, Dunkelblaue rein. Puff. Oder dahin. Alles klar, alles klar, alles klar. Super Timing, Alter. Oh, richtig. Ah! Okay, okay, das hab ich jetzt mitbekommen. Au, au, au. Stopp, warte mal jetzt. Stopp, stopp, bevor du reingehst. Wo musst du jetzt hin? Erstmal das perfekte Timing finden. Du musst, du musst da rein. Wo stehst du denn? So hoch, 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 hoch. Stell dir rein. Und schau. So, dann musst du hoch und da oben sind auch wieder diese, diese Bots. Das ist aber nochmal. Da musst du was runterdrücken? Alter. Let's go. Ach stimmt, ich brauche eigentlich fast gar nicht machen außer Knaf drücken. Außer Knaf drücken. Knopf. Ich hab Knaf verstanden. Everybody. Ich spiele schon wieder das Saxophon, Alter. Ja. Tschüss. Ich bin wirklich verarscht. Ich kann nämlich auch jetzt nicht myrten, weil wir müssen uns absprechen. Das ist ein Eilproblematiko. Oh, da war's. Gut, dann machst du es ihm so. Das passiert nichts. Nein, was war... Das war schon okay, so. Nein, das ist nicht gut. Dreh rum, dreh rum, dreh rum. Nein, 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 nein. Hoch. Dreh rum. Ähm. Help. Ne, warte mal. Ja, aber du musst jetzt hin. Nein, nicht ziehen. Oh Gott. Ich seh dort oben nichts. Zieh, 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 zieh. Nein, nein. Pass auf, da ist ein Biu-Biu-Ting. Ach, da unten. Den musst du, glaube ich, einfach nehmen und dann... Naja, ich weiß, ich habe Portal 1 gespielt. Es läuft Amok und bringt sich selber. Sober. Wohin damit? Äh, über dir, Portal. Und zwar... Oh nein, 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 bitte nicht. Bloß nicht. Was denn? Jetzt musst du den ganzen Weg mit dem Ding zurück, oder was? Weil dort oben musst du es nämlich reinstellen. Geh doch da. Ah, na, dann mache ich das mal so. Ne, warte. Doch, das geht dort hoch, oder? Und dann lasse ich dich zurückfahren. Jetzt hat er es falsch gemacht. Nein. Nein. Und den ganzen Weg bitte nochmal. Ich kann mich nicht umbringen. Nein. Geht das echt nicht? Nein. Das Biu-Biu-Ting ist kaputt. Ja. Geil. Ähm. Warte mal. Hm? Nee, da kann ich nie durchschießen. Doch, ich kann das durchschießen. Ich kann durchschießen. Ah, cool. Ja. Ich bin ein Genius. Komm, pass durch. Ich komme da nicht durch. Der ist ein Gitter. Das sagt nicht, das Gitter ist zu dick. Hä? Wieso kann ich nicht mehr hoch? Ja, jetzt. Ah. Kannst du vielleicht den Würfel? Du kannst den vielleicht nie weg... Ja, wir sind Genius. Ja. Der muss da gar nicht da rein. Du hast mich verarscht. Doch, da musst du doch irgendwie rein, oder? Nein. Ich muss mit dem ganz zurück. Ja, und was dann? Hallo. Da unten ist nämlich auch noch was. Ey, du musst doch dort rein, weil hier drüben ist nämlich der Ausgang. Ja, ja, ja. Aber ich muss... Ich will aber hier hin. Platzier mal bitte da unter mir. Da. Wo ich stehe. Äh. Hallo. Hi. Und jetzt? Keine Ahnung. Es wird gefeuert. Wir müssen jedenfalls hier drüben irgendwo hin. Nee. Ich spring jetzt eine Runde. Adios. Pflaume. Das klappt. Das klappt bestimmt. Das klappt. Ey, ich hätte dich jetzt so was von umgebracht, wenn das nicht geklappt hätte. Schau mal, wie nett die sind. Man hat da noch zum Zurückspringen. Oh. Mann. Die haben schon gewusst, dass wir das verfallen werden. Wenn wir das machen können, müsst ihr noch einen Test außerhalb des Standardtestverlaufs abschließen. Bitte vermeidet dort draußen diese albernen Gesten. Wir müssen das E-Werk am Ende dieser Strecke finden. Die Menschen müssen es versehentlich von meinem Netz getrennt haben. Alles klar. Sie haben nur ein Verwaltungsfehler. Ja, die Verwaltung. So. Alles klar. Ich bin weg. Jo, ich komme mal hinterher. Tschüss. So. Ja. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind tot. Ah. Ach so. Wir haben ein Problem. Genau dieses. Nein, das ist richtig. Durch. Durch. Bloß durch hier. Rani. Ich mache wieder das mit dem. Ähm. Ja. Schnapp dir das. Ich habe das schon. Ja, ja. Warte, wir müssen gleichzeitig. Nein, ist eigentlich richtig. Wo soll ich hier machen? Da vielleicht. Danke. Ja. Welche Pflaume kann das denn nicht? Ich oder er? Ich habe keine weiße Fläche gefunden gerade. Glaube. Hast du das? Guck mal. Ja, du bist trotzdem schneller als ich. Also hättest du es nicht so davor machen schon können, aber irgendwo jetzt? Ja, davor springen. Glaube ich mal. Glaube ich mal. Und ich muss noch ein kleines Driegel hoch. Ah gut, das klappt. Ähm. Und jetzt? Vorsicht. Komm mal, wo? Ähm. Gute Frage. Geht da schon mal nicht. Von wo? Von wo schießen die? Ich kann die überall machen. Ja. Let's go. Wie vorhin gerade sagen, hoch und dann. Oh, das nervt mich. Das ist so grauenvoll, Mann. Kein Wunder, dass mir keine Leute zugucken. Was ist mir überhaupt denn? Ach nein. Ja, da drüben. Ah, hier geht's. D-d-d-d-d-d. D-d-d-d-d-d-d-d. Alles klar, mach erst mal ein Salto. Kannst G-B-E-Q drücken. Nein, scheinbar nicht. Okay. Nein, freu ich nicht. Ne, ich schwieg nicht mehr mit dir. Okay. Da, 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 da hast du noch, hast du nicht den Glauben. Warte. Ja, ja, du brauchst dieses Teil. Hab schon. Ach, hast du. Hallo. Hallo. Was up, Homies? Wohin? Das ist jetzt eine ganz, ganz gute Frage. Ja, alles klar. Ja, keine Möglichkeit zum Schießen. Da gab's keine Möglichkeit, keine Weile. Da müssen wir abwarten. Da müssen wir bestimmt abwarten. Jetzt kommen wieder die Ausreden. Ich glaube, es ist gelost. Ne, wir müssen abwarten. Glaube ich. Die haben noch ihr Rhythmus, wann sie kommen. Die kommen noch die ganze Zeit. Ja, stimmt. So eine Pflaume. Ja, aber du hast eine Seite, dass du nicht zum Dranschießen. Schieß mal bitte da hin. Ja, das ist so. Oh, ich hab einen Falschkopf gedrückt, tut mir leid. Das ist schon verständlich, der Knopf. Tschüss. Ciao. Viel Spaß beim Sterben. So, das ist schon... Hä, warum ist hier... Hä? So, und guck jetzt nach unten, da hast du nichts. Das war... Ja, was bringt denn die vier, oder? Nö. Doch, die fliegen runter! Kannst du bitte etwas nach da, weil ich brauch die Fläche noch. Warte mal, warte mal. Lass dich bis zum Ende. Lass dich erst mal runterfliegen. Danke. Jetzt haben wir erst mal noch einen da. Ja. Ach so, die kommen immer wieder... Okay, gut. Ne, es geht schon. Müssen wir da rüber? Ja, wir müssen da drüber. Hier ist nämlich das Haus. Was ist denn da rein? Scheiße. Und durch. Heilige Scheiße. LCD. Ach, du Scheiße. Keep sexy to... Nein, offline. Nee. Wir sind offline? Wir wollen nicht offline sein. Was passiert immer, wenn wir das Spiel durchgespielt haben? Ja. Voll verbunden. Ja. Ja. Und es ist nichts passiert. Ja. 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 Glückwunsch zum Abschluss der Standard-Team-Test-Strecken von Aperture Science. Zu diesem Anlass habe ich eine Überraschung für euch. Eine Sonderbonus-Streppe, an der am Ende die Menschen fängst und wirtschaftlich. Der Kreuzfeld ist in diesem Anlass für sich als Anlage deaktiviert und zu den Anlass für Anlass für die Menschen. Alles, was hier zu tun hat, ist die Menschen zufrieden. Sie danken euch sicher mit einer Party. Auf jeden. So, Dankeschön, meine Damen und Herren, dass ihr hier zugeschaut habt. Kommt nächstes Mal wieder rein, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ich sag mal für Enderman auch noch ciao, weil er gerade nicht reden kann durch die Musik im Hintergrund. Wir bedanken uns für das Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Sagt eure Männer so weit und euer Männerman, der gerade so richtig sexy tanzt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.